Hast Gronkh abgelehnt? Was, was war da los? Ja, das auch, ja. Der hat mal gefragt, ob er in einem Projekt mitmachen darf. Wo Gronkh noch nicht so bekannt war, hat Gronkh Dake gefragt, ob er bei Dake mitmachen darf. Und Dake sagt eiskalt nö. Ich hab doch keine Art, wie das eskaliert, ey. Ey, komm Leute, das war damals, 2010 oder so. Später hab ich angefragt, hat er gesagt ja und jetzt... Ja, jetzt, guck mal wo ich jetzt bin. Jetzt spielt er Powerwash mit mir, anstatt beim Horde Fan & Paper dabei zu sein. Ja, jetzt soll ich Gronkh einfach mal fragen. Ey, weißt du noch damals? Ich hatte jetzt Bock, Gronkh. Ich hab gedacht, du wärst Fake, weißt du? Seit all den Jahren, es wird nur eine Ausrede kommen, ey. Egal, ey, nachher Gronkh raiden, Leute, und dann... ... fachen wir das Feuer aufs Neue. Durch die Schein heilig auch immer. Ey, Gronkh, ey, ich wusste es immer, dass du es mal irgendwann schaffst. Raven Knight sagt, ey, Gronkh, hast die Probezeit überstanden. Ey, das war ein Test, Gronkh, ey, du hast ihn überstanden. Habt ihn nicht so. Nur weil du jetzt Fame bist, willst du jetzt nichts mehr mit ihm zu tun haben, ne? War ja klar. Wir mal die Sachen dann rausken. ...